Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal eine Ankündigung und wie ihr im Titel gelesen habt, eine Challenge will ich machen. Und das ist sozusagen die Ankündigung für diese Challenge. Die wird höchstwahrscheinlich, ich muss halt gucken, wie meine Frau hier arbeiten muss und so, ob sich da jetzt was ändert oder so, aber höchstwahrscheinlich in zwei Wochen am Wochenende, werden wir die denn machen. Live werden wir sie nicht machen, ich werde sie dann mit der Camp aufnehmen, hier zu Hause. Und die erste Challenge, die wir machen wollen, ist die Jellybean Challenge. So, da habe ich euch mal das so gemacht, da seht ihr das, welche Jellybeans das da gibt. Und den Link werde ich euch auch in die Videobeschreibung klatschen. Also wir haben hier oben, fangen wir an mit, ja, Stinkesocken oder Tutti Frutti. Dann haben wir gemähtes Gras oder Limone, dann faules Ei oder Butterpopcorn, Zahnpasta oder Dreibeere, Schokopudding oder Hundefutter, Pfirsich oder Erbrochenes, Nasenpopel oder eine saftige Birne, finde ich betet eklig, Babywindel oder Kokosnuss. Ähm, ja, das läuft so ab, wir haben da, ich habe so eine Packung gekauft, also ich musste sie jetzt wieder zurückschicken, weil ich habe mit Erweiterung, also mit zusätzlichen Tüten gekauft und die haben mir nur diese Packung geschickt. Und das habe ich gesagt, ich zahle auch nicht dafür, wenn das nicht alles mit bei ist, nee, dann muss ich zurückschicken. Muss ich jetzt zurückschicken, warte jetzt, dass das mir wieder gut geschrieben wird, dann kaufe ich es wieder neu und hoffe, dass diesmal die Nachfüllpacks auch mit bei sind. Und in dieser Packung ist halt dieses Glücksrad drin und ein paar Jellybeans sind drin. Und ich habe halt nochmal drei Erweiterungspackungen dazu geholt, sind da mit bei, weil ich will ja das noch nochmal mit Sascha und Bene online, das werden wir dann wahrscheinlich in einem Hangout oder auch aufnehmen oder so, ich weiß es nicht, werden wir das machen. Und da an diesem Glücksrad drehst du dann und dann kommt eine Farbe. Also entweder, hier haben wir ja zum Beispiel hier oben grün, ja, und dann haben wir hier oben unten auch noch grün mit, äh, ja, dunkelgrünen Punkten oder hier oben sind halt bunte und da kannst du halt Glück haben. Entweder hast du jetzt zum Beispiel Tutti Frutti oder du hast die stinkenden Socken oder Bäder haben stinkende Socken oder Bäder haben Tutti Frutti. Äh, das liegt halt am Glück desjenigen oder wie gemischt ist oder so, da bin ich mal ganz gespannt. Äh, das wird, wie gesagt, dann in circa zwei Wochen, ich muss mal den Plan nochmal aufrufen, äh, ja, ich denke mal an dem Wochenende vom 13. zum, also 13. bis 14. Wenn alles klappt, wird das stattfinden. Wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr das Video gesehen habt, hier irgendwo ist mein Abonnier-Button, einfach abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr auch Nachrichten kriegt zu meinem Kanal und, ja, dann seid ihr da auf dem Laufenden. Äh, ich werde auch gleich noch ein Video machen, wir haben noch eine Challenge geplant. Jo, das wart für dieses kurze Infovideo. Wie gesagt, den Link, wenn ihr das selber machen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung zu den Jellybeans. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi. Sagt euer Odin. Sagt euer Odin.